Musik Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es nämlich um Brush Lettering gehen. Ganz genau. Und zwar möchte ich euch gerne meine 10 besten Übungen zeigen. Zum Thema Brush Lettering und für Fortgeschritten. Also hier soll es jetzt nicht um anfängliche Brush Lettering Tipps geben mit Auf- und Abstrichen, die ihr schon kennt. Falls ihr noch ganz am Anfang steht, dann schaut doch einfach mal vorbei. Und zwar bei der Liebfrau Hölle und bei Bunte Galerie. Links blende ich euch ein. Falls ihr noch Übungen braucht und noch nicht ganz so fortgeschritten seid, dann könnt ihr gerne auf meiner Webseite, der Link ist auch wieder dazu in der Infobox, könnt ihr gerne klicken und meinen kostenlosen Brush Lettering Guide herunterladen. Ja, das Coole am Brush Lettering ist, hier seht ihr das schon, die ganzen Stifte. Das ist viel, viel einfacher als mit der Feder schreiben, die Auf- und Abstriche üben. Das geht super, super einfach. Auch gegenüber einem normalen Pinsel. Das ist deutlich einfacher. Es gibt super, super viel Auswahl auf meiner Webseite bei www.mädchenkunst.de Schrägstrich Materialien. Könnt ihr auch mal schauen, was es da so alles gibt. Ich habe auch für die Anfänger empfohlen. Das ist so der Pentel Touch oder der Furunosuke von Tombow. Da gibt es hier einmal den Dualtip, den Hart und Weichen. Die habe ich hier auch gerade. Wow, die sind, wo habe ich den denn? Okay, das ist hier der Weiche. Ich arbeite heute mit dem Pentel Touch Side Pen. Den mag ich einfach am allerliebsten. Ansonsten gerne, ja, könnt ihr jeden Brush Pen eigentlich benutzen, wenn ihr jetzt gleich mitlettern wollt. Tipp Nummer 1 und zwar das M. Und zwar dieses hier. Ihr kennt das aus den Lettering Guides oder auch wenn ihr anfangt mit dem Brush Pen zu schreiben oder auch im normalen Alltag, werdet ihr das ungefähr so schreiben. Das moderne Brush Lettering sieht aber vor, dass es gar nicht so traditionell ist und alles auf einer Linie, ja, so wie hier. Sondern es sieht einfach cool und modern aus, wenn ihr, und zwar die Bögen von eurem M, den einen vielleicht kleiner, den anderen höher macht. Und hier zwischen euren Strichen, also zwischen euren Abstrichen, wenn ihr da den Abstand aber gleich behaltet. Und zwar würde das Ganze dann ungefähr so aussehen. Wir machen einen großen Bogen und einen kleinen. Ja, ihr seht auch hier, wenn ich hier mal die Linie zeichne, so, der erste Bogen ist über der Linie. Dann gehen wir mit dem zweiten, mit dem, ja, mit dem zweiten Abstrich, gehen wir nicht ganz runter bis zur unteren Linie, gehen dann mit dem zweiten Aufstrich, nicht ganz bis hoch, also ihr seht das halt, ne, ich bin halt außerhalb der Linie mit dem M. So andersrum geht es natürlich auch, ihr könnt mit einem kleinen Bogen anfangen und einen großen Bogen draus machen. Ja, auch hier nochmal. Ich bin nicht direkt in den Linien. Und das gibt eurem Lettering einfach einen ganz, ganz coolen Look. Wenn ich jetzt mal euch das zeige, den Unterschied, so ist das Wort Mama, ja, so sieht das traditionell aus. Und würdet ihr das jetzt mit meinem coolen M-Tipp schreiben, dann sieht das Wort Mama schon gleich total modern und total schick aus. Okay, Tipp Nummer zwei. Da geht es um große Bögen und zwar im H zum Beispiel. Ihr könnt das auch weiter anwenden für das K zum Beispiel oder auch weitere Buchstaben, die, äh, eurer Meinung nach, Bögen enthalten. Ähm, und zwar würde das H im normalen Brush Lettering ungefähr so aussehen. Wenn ihr dem H aber jetzt einen total coolen neuen Look verpassen wollt, dann versucht man das, den Bogen vom, ähm, vom H nicht hier unten anzusetzen, sondern weiter hier oben. Und ihr werdet einfach ein bisschen ausfallender noch. So, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Ihr fangt hier oben an, geht einmal hier eine Runde rum, habt einen großen Bogen, geht auch ein bisschen weiter rein und beendet dann euer Haar. Ihr seht hier, der Bogen ist deutlich größer und einfach, der hat auch eine ganz andere Form, ne? Also deutlich ausladender. Und das sieht auch ziemlich cool und modern aus. Wenn wir jetzt also das Wort, normalerweise würdet ihr das Wort Haus, ungefähr so schreiben. Ja, und mit meinem coolen Haar würde das ungefähr dann so aussehen. Ja, ihr seht hier, äh, einen deutlichen Unterschied. Das hier sieht ein bisschen langweilig aus und das hier sieht schon ein bisschen fescher und modern aus. Gleiche gilt dann auch fürs Car. Da könnt ihr dann auch einfach, uh, ein bisschen ausholen. Da müsst ihr euch mal rumprobieren, wie sehr ihr ausholen wollt und wie ihr Platz habt in eurem Lettering. Ähm, manchmal können das kleine Bögen sein, manchmal aber auch wirklich ganz große. Ähm, ja, wie es einfach gerade reinpasst. Für die dritte Übung bleibe ich gleich beim Car. Und zwar haben wir ja jetzt gerade, äh, schon gelernt, dass wir so einen ganz großen Bogen machen können. Und das Coole beim Car ist, ähm, wir machen jetzt so, wie ich es hier auch gemacht habe, wie im normalen Lettering, machen wir einen ganz normalen Bogen, ja. Und jetzt gehen wir aber mit unserem Fuß nicht bis ganz nach unten, dass wir hier abschließen mit der gleichen Linie, sondern wir enden höher. Das heißt, so, ungefähr, also ihr seht hier, wenn hier so die Linie ist, dann gehe ich einfach schon viel früher nach oben. Ja, also ich kann jetzt hier mit dem A zum Beispiel weitermachen und kann jetzt wieder runtergehen mit dem U. Und die Kombination mit dem ausfallenden Bogen und dann dem Aufstrich, der schon viel früher anfängt, als normalerweise geplant, gibt dem Car dann einfach einen total coolen Look. Nochmal ganz kurz, äh, für euch hier, das ist so das normale Car, ausladender Bogen, normaler Bogen und kleiner Aufstrich. Okay, du hast die Brushlettering Guides schon alle durchgemacht und die Buchstaben wirklich bis zum Abwinken geübt, dann geht's jetzt darum, dass wir, achso, du hast sicherlich auch gehört, ne, dass du immer hier die Abstände, dass du versuchst, gleichmäßig zu bleiben, dass das Auge einfach, ähm, dass das für das Auge einfach schön anzusehen ist. Und jetzt möchte ich einfach mal dir gerne ans Herz legen in der vierten Übung, nämlich, dass wir die Abstände hier zwischen den Buchstaben viel größer machen. Ja, und zwar, dass wir einfach die Abstände üben. Ähm, und zwar größer, tendenziell nicht kleiner, das ist das, was du geübt hast. Äh, ich bleib mal bei dem Wort Mama. Und dann würde das Ganze ungefähr so aussehen. So, ja, ihr seht, ich hab hier auch wieder die, die verschiedenen Hügel benutzt, die verschiedenen Größen. Hier ist jetzt der Abstand viel, viel weiter auseinander und gibt ihm auch einen coolen und modernen Look einfach, dem Lettering. Und so könnt ihr dann auch einfach mit den verschiedenen Schriftarten ein bisschen spielen. Ähm, zu dem, zu dem Schräg-Kursiven und einem weiten Abstand passt zum Beispiel mal eine tolle Schriftart. Ähm, wenn das dann hoch in, äh, Großbuchstaben, ähm, und ein bisschen dicker ist. Ihr seht, das ist eine ganz tolle Kombination, ähm, die ihr zu eurem Standardlettering einfach benutzen könnt. Okay, dann sind wir schon bei der fünften Übung und da möchte ich euch ganz, ganz gerne ans Herz legen, weil ich das schon ganz oft gesehen habe. Für die Leute, die zum Beispiel, also das gilt vor allen Dingen, also das gilt vor allen Dingen für längere Wörter, gerade für Anfänger sind längere Wörter extrem schwierig, weil die super, super lang sind und ihr euch so auf die Buchstaben, auf das Malen und auf das Nachzeichnen konzentriert, dass es super, super anstrengend sein kann, ähm, das auch so lange durchzuhalten, ja, den Muskel so lange anzuspannen, die Konzentration so lange auf dieses Wort zu fokussieren. Deswegen ist es natürlich total einfach, kleine und schmale Wörter gerade, äh, am Anfang zu üben. Nehmen wir jetzt hier mal das Wort Spritzkuchen, das ist relativ lang und gerade für Anfänger kann das echt frustrierend werden, weil es so lang ist und ich möchte euch aber wirklich den Tipp an die Hand geben, macht es wirklich Buchstabe für Buchstabe. Ihr habt bei jedem Abstrich, habt ihr die Chance, kurz Pause zu machen und dann quasi wieder, äh, für euren neuen Buchstaben ansetzen zu können. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um sich auch so durch, durch extrem lange Wörter so ein bisschen durchzukämpfen manchmal, gerade am Anfang. Und ihr müsst euch wirklich immer weiter pushen im Lettering, damit ihr immer besser werdet. Das ist einfach wirklich Übung, 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 bis zum Abwinken und, äh, da ist ganz, äh, oft auch mal Frustration dabei, wenn einige Buchstaben nicht so klappen, wie man das möchte. Das habe ich auch noch ganz, ganz oft. Ähm, ja, genau, also mal ganz kurz, um euch das zu zeigen, mit Spritzkuchen, ihr fangt mit dem S an, ja, so, und dann könnt ihr Pause machen. Puh, okay, gut. So, jetzt mit dem P. Okay, wie mache ich das P? Zack. Schön Bogen. Okay, puh. Alles klar. So, das R. Dann geht hier, macht den Bogen, geht runter. Okay, erst mal weiter eine Pause, ja. Geht zum I. Okay, Pause. Ja, könnt ihr den I-Punkt setzen. Okay, jetzt mache ich weiter mit dem T. T. Und kann hier oben dann im Prinzip, ähm, direkt zum Z ansetzen. So. Na, und ihr habt schon einmal nur einfach das Wort Spritz gelettert und könnt dann einfach weiter mit dem K immer ansetzen. Das heißt, ihr macht euren Abstrich, Aufstrich, und dann könnt ihr kurz Pause machen. Das ist ein super Tipp. Äh, ich finde, also immer noch, wenn ich lange Wörter habe, dann bringt er mich wirklich, ähm, dadurch, ohne dass ich jetzt am Ende frustriert bin und mir denke, oh mein Gott, ich habe das nicht in einem Ritt geschafft, überhaupt gar kein Problem, macht kurz Pause. Damit werdet ihr in eurem Lettering sicherer und das Wort sieht dann meistens auch trotzdem besser aus, als ihr es am Anfang erwartet hättet.